Ich liebe Bücher, also mit Büchern bin ich ganz verrückt, weil ich seit 25 Jahren kein Fernsehen habe. Ich denke mir manchmal, wie ich da durch die Welt komme, das kann ja eigentlich nicht gehen. Insofern gibt es bei uns in der Kollektion noch einige Buchmöbel. Also ich will auch weiter was mit Büchern machen. Mir erzählt ja mal jeder Kollegen, von was lebt ihr eigentlich? Es gibt doch keine Bücher mehr. Das hat ein großer Studieproduzent gesagt, aber das glaube ich einfach nicht. Also ich mag gerne, ich denke immer so, Möbel ist das Zweitnächste, was am Menschen dran ist. Nach der Klamotte kommt Möbel, da richtest dich ein, da gehst du abends Feierabend, da setzt dich hin. Und das sollte schon funktionieren. Ich finde, ein richtig gutes Möbel spricht halt lange zu einem. Es ist nicht nur einmal, wow ist das toll und dann verschwindet es irgendwie in der Ecke. Also sollte dann auch irgendwas Dienendes haben. Ich mag auch eine Kindlichkeit, finde ich persönlich super gut. Es ist immer blöd, wenn du sagst, es ist aber infantil oder bist du kindlich. Ich finde das wunderschön. Und ich lebe einfach auch so meine Träume und ich gucke auf, wenn neue Möbel kommen. Nicht verkauft sich das. Das klingt jetzt auch wieder so extrem gutmenschig, aber ist es interessant? Hat es was? Hat es Charme? Ich meckere dann schon rum, wenn es viel zu teuer wird. Aber es gibt keine Marktrecherche. Kann man einen Tisch verkaufen, der jetzt aus dem und dem Material ist und genau zeitgleich richtig im Trend liegt? Interessiert uns nicht. Am meisten Spaß macht mir die Kreativität. Und das ist, was ich selber auch erst sehr spät mitgekriegt habe, dass das überhaupt so ist und dass ich sie so ausgeprägt habe. Und die Kreativität kannst du ja nicht nur in dem Produkt einsetzen, sondern du kannst ja für alles einsetzen. Die gesamte Firma. Wie funktioniert die Firma? Wie hat die Charme? Sind die Ausstellungsräume einfach nur gestylt oder leben die? Spürt man was? Wir versuchen auch die Ausstellung immer wieder zu verändern und die auch in den Kontext zu setzen. Weil es macht natürlich Spaß, Geschichten zu erzählen und zu sagen, man sieht da eigene kleine Welten. Wir lieben Spaß. Wir lieben Unsinn. Ich halte das für ein ganz wichtiges Ventil, auch um was zuzulassen. Weil wir machen wie in jedem anderen Job auch Höchstleistungen. Und um das ein bisschen zu ertragen, dass man manchmal glaubt, mein Gott, haben wir das gut hingekriegt. Um uns selbst zu hinterfragen, gibt es viel Unsinn in der Firma. Und das ist auch was, was mir auch sehr viel Freude macht, weil es authentischer Unsinn ist. Ich fände das jetzt marketingmäßig grausam, wenn man möglichst witzig daherkommen will und ist es eigentlich gar nicht. Sondern das muss so, es muss gelebt sein. Berge ist ein Gästehaus, was sehr einfach geführt ist. Es gibt kein Fernsehen, kein Internet, kein wireless-Land, nichts. Und dich selbst als Gast, finde dich. Und inzwischen ist das für uns eine sehr, sehr wichtige Nummer geworden, weil wir aber gar nicht so bewusst. Ich kann da hinfahren und sagen, ah, das gibt's und so sieht das alles aus. Und jetzt hier so riecht's und so fühlt sich das an. Und wir bringen die Leute nach Aschau. Was natürlich fantastisch ist, weil dann verstehen die viel mehr, was wir eigentlich so vorhaben, was wir machen. Wenn man die Möbel nur im Katalog sieht, sind die natürlich sehr isoliert. Letztendlich leben wir in so einer Welt, es flasht überall, wir haben eine Million Möglichkeiten. Und es ist fantastisch, dass es so ist, aber es überfordert auch. Ich wollte so einen Ort schaffen, wo du einfach ankommen kannst. So wie Hund oder Katze, die legen sich auch nur an ganz gewisse Orte hin. Und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, eben mit Material und so weiter, dass das alles stimmt, dass du da zur Ruhe kommst. Also was ich mir wirklich für die Zukunft wünsche, dass wir mit diesem Wahnsinn aufhören, wie wir im Moment unterwegs sind, alles schneller, belangloser zu machen. Sondern, dass wieder neue Konzepte kommen, dass wir wieder anfangen normaler zu werden, dass wir langsamer machen, dass wir kleinteiliger werden und auch wieder mehr Spaß an den Dingen haben. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wir brauchen noch mehr Lukas, die haben wir ein paar Warementmix. Das ist nicht das. Wir haben uns auch schon mal die Warten. Und wir brauchen sie für die Warten, die haben wir unsНАЯcateriert. Das ist nicht mehrarios zu machen. Vielen Dank.